Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Fallout 4. Wir sind hier immer noch in Covenant. So, wir haben jetzt versucht mit jedem zu sprechen. Jetzt sprechen wir nochmal mit dem Swanson. Okay. Der hat auch nicht mehr zu sagen. Wir kommen hier im Moment dann nicht weiter. Nordhagen Beach. So, ich gehe dann mal zu dem Parkplatz. Wir haben jetzt, ähm, ich sag schon, wir haben ja jetzt Stimpaks gekauft. Wir gehen dann jetzt die Bude nochmal ausräumen. Dann haben wir die Aufgabe auf jeden Fall erledigt. Dann können wir mit zwei Aufgaben, denke ich mal, wieder bei Preston Garvey laufen. Und, ähm... Ja, dann ist er auch wieder mal zufrieden. Zufrieden. Boah. Boah. Ich bin der Busser. der plan ist ja mal wieder nicht aufgegangen ich weiß ich die heutige zockt ich schlieg nur auf dem kreuz ich habe nur ladebildschirme ich gehe jetzt trotzdem scheiße einfach drauf wir gehen jetzt endlich mal zu bürger und dann gucken wir was mit dem institut abgeht vielleicht bringt uns das weiter die institut technologie so hier drinnen kriegen wir die strahlung anscheinend nicht ab was schon mal sehr gut ist war nicht sicher ob ich dich wiedersehen würde ja siehst du hast du brauchst ich habe den code sollte mich wohl nicht überraschen immerhin kellogg erledigt ein runner sollte da kein allzu großes problem mehr sein wie hast du den chip entschlüsselt die railroad hat mir geholfen oh gott diese bekloppten ich hätte gedacht die sind zu beschäftigt damit verkaufsautomaten zu befreien oder computer terminals zu retten oder tut mir leid sie haben einfach so einen gewissen ruf ja das ist ja ein bisschen sehr komisch das haben wir auch ich habe aus meinen erinnerungen und dem was ich so über die jahre gehört habe das beste gemacht habe ein paar pläne für dich entwickelt war nicht ganz leicht diese hände sind ein witz die feinmotorik ist für ein arsch hier ist die kurzversion du musst ein gerät bauen um das signal zu kapern mit dem das institut die runner teleportiert und stattdessen dich selbst durchschicken weißt du was das verrückteste daran ist dieser sender für klassische musik das ist das trägersignal für ihren transmitter alle diese daten in diesen harmonischen klängen und wir hören es schon die ganze zeit und um es ganz klar zu sagen das ist nicht mein spezialgebiet ich war bio wissenschaftler mit maschinenbau oder fortschrittlichen systemen hatte ich nichts am hut ich bin sicher es wird schon funktionieren ich garantiere für nichts aber wenn du dieses gerät bauen und den code nutzen kannst solltest du das signal des institutstransmitters kapern können schaffst du das kannst du es bauen hast du leute die dir helfen für einen allein ist das etwas viel selbst für dich habe ich dir einen grund gegeben an mir zu zweifeln nein ich stehe ich hör auf an mir zu zweifeln wie wichtig das ist für uns beide ja vergiss nicht unsere abmachung ich habe dir geholfen so gut ich konnte wenn du es rein schaffst finde das serum es ist meine einzige hoffnung jemals normal zu sein also finde es und jetzt los nimm das hier und mach dich an die arbeit du was immer nötig ist jede hilfe ist jetzt willkommen daten ja ich würde sagen ich kann von hier aus nicht schnell reisen ich schütze und diene bresten gaben die mennen von ihm lasse ich mir helfen so karte jetzt kann ich mich eh wieder nicht porten doch es geht ja ich dachte weil ich hier schaden nehme könnte ich mich jetzt nicht teleportieren da wäre meine rete aber auch knapp geworden so vieles sicher so dann bin ich mal gespannt wer könnte mir die gerätschaft bauen hey ich habe hier pläne für einen signalfänger mit dem ich ins institut komme das institut warum zur hölle willst du dich mit den typen anlegen sie haben meinen sohn entführt sie haben meinen sohn entführt scheiße das ist übel sogar für die wir werden dir helfen wo immer wir kommen ja keine sorge mal angenommen du kannst das ding bauen was genau macht es das institut benutzt teleportation um rein und raus zu kommen mit dem gerät können wir ihr signal kapern und stattdessen mich durchschicken teleportation im ernst wow es würde erklären wie das institut operiert wenn jemand aus diesen plänen schlau wird dann sturgis ich glaube es gibt nichts das er nicht bauen oder reparieren kann ich markiere den Ort auf deiner karte sprich mit sturgis wir haben dieses überfallkommando der super mutanten erledigt die werden keine siedlung mehr angreifen schön zu hören schritt für schritt werden wir das commonwealths zu einem sicheren Ort für leute machen die einfach in frieden leben wollen ich lasse es dich wissen wenn eine siedlung hilfe benötigt und denk dran biete jedem hilfe an der sie benötigt damit bringst du unsere sache voran die 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 daten sprich mit sturgis sturgis wer war das noch mal Sturges, der ist hier. Hi, Strong. Ja. Sturges. Da ist er. Hey! Preston meinte, du könntest dir diese Pläne mal für mich ansehen. Klar. Zeig mal, was du da hast. Guck drauf. Hier, bitte. Wow, ziemliches Chaos. Sieht aus wie verschlüsselte Radiowellen. Okay, das wird also durchgeleitet durch... Ja, scheiße was. Teleportation. Das ist ziemlich abgefahrener Scheiße. Ja, geil. Baust mir. Ist du sicher, dass das kein Schwachsinn ist? Ne. Ich hab das von jemandem, der weiß, wovon er redet. Kannst du das Ding bauen oder nicht? Ja, glaub schon. Wie dem auch sei. Die Eierköpfe denken sonst nie an den Kleinkram, den man braucht, um etwas tatsächlich zu bauen, aber... Hier scheint alles da zu sein. Ja. Ich werd etwas Zeit brauchen, um mir das genauer anzusehen. Die Handschrift ist ziemlich schwer zu entziffern. Du kannst in der Zwischenzeit schon mal mit was anfangen, das er stabilisierte Reflektor-Plattform nennt. Du wirst ziemlich hochwertiges Metall brauchen, aber im Grunde ist es nichts anderes als die Verkleidung eines Jet-Triebwerks oder sowas. Okay. Sag mir einfach, was wir brauchen, damit ich anfangen kann. Ja, sicher. Hier sind sämtliche Sachen aufgelistet, die du für das erste Teil brauchst. Ich glaube, wir haben das alles in Sanctuary, wenn du das Ding da bauen willst. Während du daran arbeitest, versuche ich herauszufinden, wie man den Rest dieser Maschine baut. Was ich dazu sagen kann. Das Ding wird eine irre Menge Energie brauchen. Du behalst das am besten gleich im Hinterkopf. Wenn du also zufällig einen Kernreaktor überhast, könnten wir den gut gebrauchen. Außerdem wird das Teil ziemlich groß. Finde also einen schönen, großen, offenen Platz, an dem viel Energie bereitsteht. Ähm. Ähm. Ja. Werkstatt. Spezial. Wo können wir das Ding hinstellen? Wo haben wir hier viel Platz? Bauen. Sprich mit Sturge. Ähm. Escape. Verlassen. Da steht das Ding. Jetzt geht's los. Hast du einen guten Platz für den Signalfinger gefunden? Ja, haben wir. Ja. Ich bin bereit, den Rest des Dings zu bauen. Genau. Ich glaube, ich weiß jetzt, wie dieser irre Apparat funktioniert. Soweit das überhaupt möglich ist, ohne ihn zu bauen. Es gibt dann noch drei Sachen, die etwas schwerer zu finden sein dürften. Hab sie dir aufgeschrieben. Das restliche Zeug bekomme ich so zusammen. Treffen wir unseren Bauplatz. Dann schauen wir mal, ob wir das Teil zum Laufen bekommen. So. Danke, Sturgis. Ich mach mich gleich dran. Klingt gut. Wenn du das alles zusammenbaust, solltest du immer im Kopf behalten, dass der ganze Kram verdrahtet werden muss, damit die Teile miteinander kommunizieren können. Wir sehen uns dann am Bauplatz. Viel Glück. Was ist das denn jetzt für ein Teil? Bauen. Das haben wir. Bauen. Bauen. Wir müssen nur dafür sorgen, dass wir genug Energie... So, erstmal speichern. Weil, keine Ahnung, was da mit uns passiert. Ähm... Da. Ich muss mal das Ding irgendwie verkabeln. Habe ich das richtig mitbekommen? V. Kabel anbringen. 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 So, da brauche ich 20 Energie. 5 Energie. Das Ding brauche ich. Auch 100% Energie. Energie. Produziert 10 Produziert 3 So 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 einstellen bauen runter so müssen wir ja jetzt weg was was müssen wir die jetzt noch untereinander verbinden so moment so 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 wenn es euch gefallen hat lasst mir einen daumen da oben da abo falls habe ich getan und kommentare sind immer wieder gerne gesehen ich bin so gespannt was jetzt passiert und ja ich hoffe dass ihr in der nächsten Folge auch wieder mit dabei seid bis dahin ciao so so so